So, hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge City Skyline. Wir haben so ein bisschen Stromprobleme, wie man sieht. Und darum kümmern wir uns jetzt. Wir haben uns jetzt erstmal hier ein Kohlekraftwerk gebaut. Und da werde ich jetzt auch... Ich liebe den Geruch verbrannten Erdöls am oben. Slash... Nee, Hashtag Dinopower. Okay, macht Sinn. Dann kann man hier... Warte, ich mach mal kurz auf Pause. Das hier weg, das hier weg, das hier weg. Hier muss ich trotzdem irgendwie Strom hinkriegen. Wie mach ich denn das? Hier kann ich auch Strom langziehen. Na perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, warte. So einmal und... Dann muss ich... So, das passt. Und hier müsste ich das so ein bisschen... Gucken wir mal, ob das passt. Ja. Hier kommt auch Strom an. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, Hammer. Was ist das für blaue Dinger? Was für blaue Dinger? Die hier? Das sind Strom. Aber das sind andere als die andere? Nö. Genau dieselben, die sind nur schief. Das ist cool. Das ist cool, das ist cool, dass das klappt. Das klappt, Mann. Das klappt. Gut, das sieht ein bisschen hässlich aus, dass es hier so direkt durch... Aber das gehört dazu. Ich meine, das ist ja auch im echten Leben so. So, sehr gut. Was ist mit unserem Müllabfuhr los? Überall türmt sich der Müll auf und Fliegen sind überall. So, Müllabfuhr haben wir hier. Wo mache ich denn das hin? Oh, 4000 kostet das. Na, läuft. Das kostet alles echt viel Geld. Muss man erstmal reinholen. Aber dazu brauche ich ja mehr Arbeiter. Okay, wir brauchen echt Müll. So, wir brauchen echt mehr Arbeiter, wie man sieht. Darum kümmere ich mich jetzt. Mehr Arbeiter heißt dann nämlich auch... Ja, Arbeiter heißt ja dann auch mehr Geld. Was man verdient. Oh, das geht schnell. Krass. Haben die hier Wasser? Ja, perfekt. Wasser ist gegeben. Strom ist gegeben. Passt alles. Hammer. Nur Müll. Darum müssen wir uns jetzt echt kümmern. Die hier? Die? Das hier? So. Das? Was? Da oben ist ja. Da ist doch total. Das kann ich nicht. Oh. Und an die Ecke da unten ist jetzt auch noch. Ich hier eigentlich auch. So. Was ist hier los? Hier kann man nicht. Das geht hier nicht. Weil das Gelände dafür zu steil ist. So. Das ist das. Das läuft. Aber das Müll. Der Müll. Der Müll wird ein Problem. Der Müll wird hier langsam ein Problem. zuerst muss ich warten, bis ich die erste Mülldeponie bauen kann. Die werde ich hier hin bauen. Müsste aber relativ fix jetzt gehen mit den Einnahmen. Oh. Man sieht hier. Da muss der Müll echt weg. Müllberge. Mal gucken, ob die das so lange aushalten. Müllberge. Ja, komm. 1.000 noch und dann passt das. Los, los, los. Freunde der Nacht. Vergessen Sie nicht, sich die neuen freigeschaltenen Dienstleistungen anzusehen. So, komm. Jetzt sind wir fast bei 4.000. Und dann können die Müll ab, kann die Müll ab vor, losfahren. Sehr gut. So. Die Müll ab vor, fährt los. Finde ich cool. Das ist echt cool. Echt cool gemacht. Was ist hier? Mitarbeiter. Nicht genug Mitarbeiter, okay. Boah. Hier sieht man, hier unten sieht man, was halt gebraucht wird. Und man sieht, wir brauchen echt mehr Arbeiter. Nein, ich mag das hier so ein bisschen. Kann man das hier so anbinden, ist auch schön. Wobei, erstmal hier. Wenn ich genug Geld habe. Was ist denn los? Hä? Nein, ich will kein Darlehen nehmen. Ich mag Pump nicht. Und so. Das sieht schön aus. Nee, macht es an die Ecke da oben. Da? Ja. Ja? Ja. Okay, aber dann gehen zwei Häuser weg. Hier geht nur ein Haus weg. Ja, scheiße. Oh, du bist aber hart. Aber sonst sieht es scheiße aus. Sonst sind da so viele Klicken. Na gut. Okay, machst du ja jetzt drunter rum, war das besser. So, dann machen wir das jetzt überall hier grün. So. Schön. 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 Herzlichen Glückwunsch. Würdiges Dorf. Also wir haben bekommen ein neues Gebiet. Können wir uns kaufen. Stadtfilter haben wir freigeschaltet. Richtlinien. Zweites Darlehen. Zweites Darlehen. Das ist gut. Wir haben noch kein einziges. Siehst du, ich bin gut. Industriespezialisierung haben wir. Dienstleistungsricht. Was auch immer. Neue Dienstleistung. Feuerwehr, Polizei. Und einzigartige Gebäude. Einzigartige Gebäude sind glaube ich so Sehenswürdigkeiten. Neue Industriespezialisierung. Forstwirtschaft, Landwirtschaft. Neue Richtlinien. Und Feuer- und Polizeiwache. Das finde ich gut. Schön. Dann machen wir weiter. Oh, die brauchen Wasser. So. Die haben jetzt auch Wasser. Sehr gut. Das haben wir. Das passt alles. Schön. Das gefällt mir. Was ist das? Verlassen. Gebäude in geringem Sieben. Verlassen. Warum ist das verlassen? Das ist auch verlassen. Darf nicht verlassen sein. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen mehr. Wobei. Das hier ist. Gewerbegebiet. Gewerbegebiet haben wir anscheinend genug. Hmm. Hm. Hm. Hm hm hm. Nicht genügend Kunden. Oh. Ist das verlassen? Ich überlege gerade, ob ich jetzt auf der anderen Seite genau dasselbe nochmal mache. Das würde schon Sinn machen, irgendwie. Nee, hier wollte ich eigentlich keine... ...geine Kreuzung ran bauen. So. Das passt. Das passt. Das passt. Das. Sehr gut. Hä? Einmal noch quer durch. Einmal noch quer durch? Das sind aber so viele Kreuzungen dann. Hm hm. Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Mache ich das jetzt alles mit Wohnen? Ja. 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 Hier werde ich mal nichts hin machen. Ich glaube hier mache ich dann Gewerbe hin. Damit die ein bisschen einkaufen gehen können in ihrem kleinen Dörfchen. so. Dann sorgen wir mal für mehr Kunden. Das sieht echt schön aus hier mit den Autos, die parken. Wenn man mal so reinguckt. Echt toll. Ashlyn Harris. Was? Ungebildeter Erwachsener. Du brauchst Schulen oder so. Hä? Du brauchst Schulen oder so. Naja. Dafür sorge ich ja gerade. Stadtviertel löschen. Forstindustrie. Agrar. Erz. Öl. Generische Industrie. Okay. So. Was brauchen wir? Wir brauchen aktuell wirklich nur Wohngebiete. Das ist so krass. Aber hier zieht keiner ein. Warum auch immer. Hier will gerade keiner einziehen. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ja. Ah, da jetzt. Schön. Schön, schön, schön. So. Okay, wir brauchen Wasser. Die haben Wasser. Strom brauchen die auch. Klar. So. So. Strom sind die auch dran. Wie ist die Stromauslastung so? Perfekt. Das passt also noch. Wie ist die Müllauslastung? Müllverbrennungsstatus haben wir nicht. Mülldeponieauslastung 6%. Das ist also super easy. Das war das Gebäude, wo nicht genügend Kunden da waren. Aber dafür sorge ich ja gerade. So. Sehr gut. Das heißt, hier brauchen wir eine geringe Nachfrage nach Industrie- oder Bürogebieten. Das heißt, das ist jetzt erstmal alles relativ ausgeglichen. Und ich mache aktuell 1000 Dollar plus. Das gefällt mir. Die nächste Amtshandlung wird Gesundheitswesen. Ich denke, das ist wichtig. Oder Schule. Was kostet so eine Schule? 10. Auch 10. Und so eine Polizei. 12 im Fall. Schule? Erstmal Schule. Ich weiß nicht, ob Schule so wichtig ist. Oh. Winzige Kleinstadt. Neue Dienstleistungen, Dekorationen. Neue Richtlinie, Haustierverbot, Rauchverbot. Das ist ja witzig. Oh, wir haben Geld bekommen. Perfekt. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um unsere Bildung. Wo mache ich das hin? Hier so eine kleine Schule in dem Gebiet. Eigentlich ganz schön. Die freuen sich alle. Die freuen sich alle. Wollen wir hier auch noch eine hinhauen? Ja. Jetzt freuen die sich auch. Guck mal, die freuen sich. Schön. Das freut mich. Aber eine Feuerwehr ist auch sehr, sehr wichtig. Ich überlege, ob ich die Feuerwehr hier direkt so zentral mache an die Straße. Damit sie sowohl hier rüber kommt. Ja. Ja. Aber dazu muss ich erstmal genug Geld haben. Oder ich mach sie hier. Ne, ich mach sie hier hin. Wobei das auch behindert, weil hier ist ja eine Einbahnstraße. Mhm, da mach ich sie. Gut, dann mach ich das so. Jetzt haben wir gleich genug Geld für die Feuerwehr. Oder mach ich die lieber hier so. Lieber zur Stadt? Okay. Oh, ein Feuer. Siehste? 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 Schneller, los, 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 los. Na los. Es brennt. Mach schneller. So, Feuerwehr ist da. Los, 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 Feuerwehr. Oh nein, jetzt muss die ja erstmal komplett... Oh, das war ja richtig behindert. Das war jetzt wirklich richtig... Ja, oder ich mach hier eine Kreuzung. Mittendrin. Da ist ja auch behindert. Vielleicht ist das gar nicht so behindert. Da kommt die Feuerwehr. Wischwagen. Wo brennt? Oh. An mehreren Stellen. So, Freunde. Ob die das noch schaffen oder nicht, das zeige ich euch hier in der nächsten Folge. Bis hierhin. Die Zeit ist vorbei. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ihr Pisser.